Hi Leute und willkommen zurück zu einer kleinen Infovideo. 4 Folge 17, 18 werden fehlen, weil das irgendwie nicht klappt mit Ton und Bild. Hier ein kleines Beispiel. Okay, und hiermit willkommen zurück zu Let's Play Fair 3. Puh, hier geht's mir mal direkt, mal wieder ab. So, ab jetzt hängt's. Kein Ton, kein Bild. Und ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die zwei Folgen werden auch immer fehlen. Dafür werde ich halt, ähm, äh, als Ersatz eine Folge Leech of Legends und eine Folge Minecraft und vielleicht noch eine Folge von irgendwas hochladen. Ich weiß noch nicht so genau. Aber im Fall, äh, es werden auch einen Ersatz dafür kommen. Und dann kommt direkt am nächsten Tag, ähm, warte kurz, ich muss noch kurz gucken. Äh, 15, 16, dann wird direkt nächste Folge 19 kommen, also 16 und 17 wird's dann nicht geben. Also, falls ihr euch dann fragt, warum wisst ihr jetzt. Und ja, wollte ich euch nur mal sagen, als Ersatz kommt eine Folge LOL und eine Folge Minecraft. Und ciao, bis zum nächsten Mal.